Rechnen mit Scratch, das Programm Umfang und Fläche eines Rechtecks. In diesem Programm geht es um den Einsatz von Variablen und um erste einfache Berechnungen mit Scratch. Schauen wir uns wieder an, welche Berechnungen und Ergebnisrückmeldungen das fertige Programm anstellen soll. Bei Klick auf die Grafikfläche sagt die Spielfigur Anna das Ergebnis der Berechnung A mal A. Gleichzeitig vergrößert sich die Spielfigur, um zu sehen, wer die Berechnung durchführt. Anschließend verkleinert sich die Figur wieder. Bei Klick auf die Grafik Umfang sagt die Spielfigur Paul das Ergebnis der Berechnung A plus B mal 2. Mit den Schieberegeln stelle ich die Seitenlängen des Dreiecks ein.